Xxifu-Syntari schnell ist die Rokta-Docking-Plattform für Angestellte des Tunnel Gamma-II erreicht. Andra verbindet ihrem Komete-Bord-Elektronik und Blinzelt exakt einmal. Als wüsste es ihr Gefährt, wie auf unsichtbaren Schienen, macht er sich runter nach Syntari, der Hauptstadt des Parkprime. Hengleis Heimathafen. Gespannt und gewichtig zugleich lud Zwinelnisch der Ober aus seinem Cockpit. Was er weniger wusste war, dass es gut sein kann, dass er der Erste seiner Art ist, der je im Indiesystem seinen Fuß aufgesetzt hat. Je mehr man darüber sinniert ja. Warum sollte einer eine billige Reinigungskraft rüber in die neue Welt mitnehmen? Es sei denn damals bei den Epshot-Missionen. Eines ist sicher auf jeden Fall ist er der erste Tunnelreisende seiner Spezies, wenn gleich höchst inoffiziel. Andras Rockta geht in den Gleitflug. Die Dämmerung setzt ein. Glänzend liegt die Metropole zu ihren Füßen. Das Flugzeug reiht sich in die Kette anderer des Feierabendverkehrs ein. Unter ihnen prachtvolle Straßen und Flaniermeilen. Der Rockta schwenkt nach rechts zur Landung. Ein Haus fällt besonders auf, es ist ziemlich neon. Lina Eso-Sports blind in allen Farben. Dies also ist der Fun-Sport-Laden von Andras Mann. Swinilnisch hüpft als erster raus und betrachtet das Geschäft mit großen Augen. Hier gibt's die Original-Lius ist unübersehbar. Alle vier betreten den Laden. Eine Glocke kündigt dies drinnen an. Doch statt Andras Ehemann radert ein offensichtlich älterer Boot los. Herzlich willkommen liebe Kundschaft was ist denn das für einer? Er blickt Richtung Swinilnisch, seine CPU-Matrix glüht, er wackelt leicht mit dem Kopf, bei Lina Eso-Sports. Alle unsere Produkte sind mit künstlicher DNA gesichert. Schaffen sie es den Laden unbeschadet zu verlassen, so trazen wir sie bis wir sie dingfest machen. Uns ist noch keiner ungeschoren davon gekommen. In allen anderen Fällen willkommen. Ja, nur hier gibt's die neuesten handsignierten Jumper-Pro-X. Andra wendet sich an die Kinder. Anscheinend ist mein lieber Mann wieder mal auf Hausbesuch. Schrecklich diese verwöhnten Racker der Neureichen. Die sind zu dumm sich selbst um ihre Jumper zu kümmern. Darf ich vorstellen unser guter alter Boot der Alphamächtig-Klasse. Er hält hier die Stellung. Auch wenn er manchmal vergisst sich selbst aufzuladen die Vorteile überwiegen. Ach ja, zum Glück gibt's dich. Keine Regung beim Roboter. Pachara sieht sich um. Neben anderen ausgefallenen Sportartikeln stehen dann tatsächlich auch sie die ominösen Jumper. Es sind einfache Springstiefel mit einer Feder und den Drahn. Mit etwas Fantasie sieht diese im Normalmodus wie ein Jort aus, springt man mit ihnen so wird daraus mehr oder weniger ein kleines O. Diese drei Herrschaften hier, mein lieber Botti Andra deutet auf die Kinder sind unsere neuesten Beta-Tester. Mach mal drei Paar für sie fertig. Sehr wohl rasselt der Angesprochene. Hengai und Pachara sind schnell versorgt, dann ist Swinilnisch an der Reihe. Die Rubai leben auf großem Fuß. Spätestens jetzt ist dies einer Erwähnung wert, denn der arme Boot verzweifelt fast. Alle Stiefel sind zu klein. Schließlich kamt er von ganz unten die letzte Packung mit der größten Größe hervor. Mit Mühe ging er über den Fuß und den Knöchel des Alien. Dann aber sitzt er wie angegossen. Es sieht fast so aus als ob sich Swinus Laufapparat flexibel an den Schaft anpasst. Er schaut sich um Hengai steht sicher da, nun 30 cm größer. Pachara wackelt verdächtig, aber auch sie immerhin bereits aufrecht, ohne sich festzuhalten. Swinilnisch ist bereits eins mit seinen neuen Stiefeln. Bereit aufzubrechen. Botti knattert weiter. Bei diesen neuen Prototypen handelt es sich um die neueste Federgeometrie. Feinste Nanotechnik ist in ihr verarbeitet. An der Seite des Springstiefels befinden sich drei Knöpfe. Lauf, Sport und Ausdauermotus. Per default, bei Auslieferung, derzeit stehen sie auf Laufen. Sport schnell gedrückt. Schreit Swinilnisch dazwischen und beginnt immer schneller und höher zu hüpfen. Bald totzt er an die Decke. Er verliert rasch die Kontrolle. Wahr brüllt er zwischen jedem Sprung. Botti ist zur Stelle. Er springt den Ruban, reißt ihn von den Füßen und landet zusammen mit ihm längs auf dem Gang. Rasch drückt er den Laufknopf. Swinilnisch schüttelt und rückelt sich. Dann rappelt er sich auf. Er stützt sich mit der Hand am nächstbesten Regal ab. Energie brutal fiel zu. Stangelt er schließlich. Seinem Publikum ist zwischen Lachen und Weinen. Pachara meint nur. Und mit diesen Dingen sollen wir drei Kilometer weit hüpfen? Draußen geht's besser, antwortet Henglei. Wirst sehen. Er geht auf Andazu und bedankt sich. Weißt du was? Ich kauf die drei. Eure Kredits sind morgen auf dem Konto. Vielen Dank für deine Hilfe. Wenn ich dir mal was Gutes tun kann, einfach melden. Nur die junge Diplomatentochter denkt noch ein wenig weiter. Sie geht auf Andra zu und fragt. Gibt's du mir deine Kommnummer? Ich hab da so ein Gefühl, dass diesmal wichtig werden könnte. Außerdem könnte ich dir dann Rezepte aus dem Land der aufgehenden Sonne rüberschicken. Beide Gründe hatten für Andra Hand und Fuß, so war dies geklärt. Außerdem hätte sie den Kindern in jedem Fall geholfen. Patjara bedankt sich, weiß sie doch, dass sie damit einen Draht in die Heimat geschaffen hat. Eine Verbindung an aller Obrigkeit vorbei. Ein Geheimkanal an Tanya-Lnev-Mickel bzw. heim zu den Pekjabons. Swininisch, den Vorfall eben bereits vergessen, hoppelt als erster aus. Immer höher hüpft er um, irgendwo hin. Henglei muss eingreifen. Weißt du wo es lang geht? So, Herr Wuhu. Fragt der Angesprochene zwischen jedem Sprung, dann die Erleuchtung. Ah, richtig, ja. Du erster als. Er beruhigt sich, Henglei legt langsam los, dann Patjara und zu guter Letzt Swininisch. Henglei sieht sich um. Mit verbissenem Gesicht hinter ihm seine beste Freundin. Erstaunlich wie schnell sie das Springen lernt. Keine drei Minuten später hat sie bereits den Boden raus. Zeit für eine Abkürzung ruft Henglei und biegt in einen Hinterhof ein. Jetzt gibt's Parcours. Zack über Mülltonnen und zwischen parkenden Flügers geht's über einen Zaun. Swininisch macht mittlerweile Kunstsprünge, Patjara hält verdächtig gut mit. Aufpassen Leute, da hinten ist dieser blöde Kläffer, aber es ist der kürzeste weg. Henglei springt ins nächste Grundstück. Wow uah hobera. Sofort kommt der Giftpilz angeschossen. Oh nein. Schreit Henglei er hat Verstärkung bekommen. Ein zweiter, noch giftigerer Geselle stürmt wie besessen aus seiner Hütte hervor. So dumm die Kläffer sind, so sehr picken sie sich sofort das schwächste Glied heraus. Beide verfolgen nun Patjara, immer wenn sie landet versuchen beide Kampfknoll sie zu packen. Knapp ist es, in Panik fängt sie an zu schreien. Schlecht, denn das stachelt das verrückte Paar nur noch mehr an. Doch Swinilnisch ist zur Stelle. Vom nächstbesten Baum hat er eine matschige Frucht gepflückt. Zack mitten ins Gesicht eines Angreifers. Das Zitrusgeschoss platzt, jaulend macht sich der getroffene Fontanen. Scheinen viel Säure zu enthalten, Monschfrüchte hier auf Parkprime. Das zweite Vieh ist außer Rand und Band. Er versperrt Patjara den Weg. Planlos hüpft diese auf und ab, einziges Ziel keinen Biss abzubekommen. Swinilnisch beobachtet, dann nimmt er genau Maß und hüpft ihm von hinten auf seinen Schwanz. Der angegriffene jault schrecklich, haut geschlagen ab und lädt sich sein Hinterteil in seinem Verschlag in der letzten Ecke. Endlich kann die junge Diplomaten-Tochter Hengai in seine Richtung nachfolgen. Im Nebenhof hüpft dieser bereits so hoch es geht auf und ab und versucht mitzubekommen was drüben los ist. Erleichtert stellt er nun fest, dass beide unversehrt nachfolgen. War irgendwas? Fragt er in die Runde. Seine beste Freundin gibt sich keine Blöße, hat die passende Antwort parat. Nein, was soll denn sein? Auf geht's, weiter. Oder wohnst du hier, kleiner Prinz? So also hoppelt das Trio flott Richtung Regentenallee 1 weiter, Swinilnisch ruft mittlerweile zwischen jedem Jumbiusen Tari. Oder ähnliches. Die Umgebung öffnet sich. Freie parkähnliche Flächen liegen vor den fliegenden Kindern. In der Ferne ist bereits ein stattliches Gebäude zu erkennen. Hengai ist zu Hause. Pachara ist beeindruckt, versteckt es aber geschickt. Der Hinterrang ist bald erreicht. Hengai deutet seinen Freunden an Auflaufen umzustellen, nach ein paar Saltos tut dies Wienlnisch auch, mit leichtem Ohren. Nur speziell authentifizierte Besucher haben Zutritt zum noblen Hause derer zu Westerburg. Kein Problem also für Hengai. Die drei verstauern ihre Jumper im Rucksack und ziehen ihr normales Schuhwerk an. Danach hält Hengai seinen Komfortstor und unsere drei Helden treten ein. Die vierte Umgebung und unsere drei Westerbücher sind nicht aneraheinander. In der Ferne ist mehr als Schuhwerk an. Mit dem der Schuhwerk an ist, dass Sie das ein gewisses Schuhwerk annehmen wollen. Die drei hat sich in die Sitzung nicht XXV. Aber dann hab ich noch ein paar Sitzungen nicht, kann ich, sondern ein Pferde hier im Rucksack zu haben. Vielen Dank. Vielen Dank.